So, die Stückkostenfunktion erklärt. Das hier ist einfach nur eine komplizierte Form, eine mathematische Form aufzuschreiben, was wir hier inhaltlich aussagen wollen, nämlich, dass die Stückkosten immer geringer werden, wenn wir mehr produzieren. Also k, klein k von n sind die Stückkosten der Produktionseinheit n und k von 1 sind dementsprechend die Stückkosten der allerersten Einheit, die wir produzieren. Und dieser Zusammenhang sagt uns einfach nur, dass diese Stückkosten immer kleiner werden. Das sehen wir daran, dass da hinten dieses n hoch minus c steht. Und c sagt uns eben, wie stark diese Stückkosten reduziert werden. Das sehen wir, indem wir das noch ein bisschen vereinfachen. Dann steht da k von 1 durch n hoch c. Und wenn wir das mit einem ganz einfachen Beispiel durchrechnen, nehmen wir mal an, k von 1 ist 3 und c ist gleich 2. Dann ist k von 1 also 3. Das sind die Kosten von Einheit 1. Die allererste Produktionseinheit kostet uns 3. Und die zweite Einheit, die wir produzieren, die können wir dann mit diesem Zusammenhang hier ausrechnen, ist nichts anderes als k von 1 durch n², weil wir ja angenommen haben, dass c gleich 2 ist, ist also 3 durch 2², ist also 0,75. Sie sehen, wie krass hier, also wie stark die Stückkosten hier schon gesunken sind. Nur dadurch, dass wir zwei Einheiten statt einer Einheit produziert haben. Und wenn wir das immer weiter rechnen, dann sinken die Stückkosten immer weiter. Das können Sie gerne in der Excel-Tabelle mal versuchen nachzuvollziehen.